Ihr fragt euch sicher schon Löcher in den Bauch. Was wird wohl Thema für Superfast sein? Habt ihr euch schon mal zum puren Zeitvertreib den Bauch vollgeschlagen? Hängebauchschweine beobachtet, Bauchtanz geübt oder seid ein Bauchklatscher gelandet? Bevor ihr jetzt aber Wut im Bauch bekommt auf der Zeitverschwendung, die wir hier betreiben, verrate ich euch lieber das Thema von Superfast. Es ist nämlich Bauchgefühl. Ganz egal, ob ihr es medizinisch oder psychologisch betrachtet, ob ihr euch mit Ernährungswissenschaften, dem Ausbau von Schiffsbeuchen oder mit den Folgen von Bauchgefühl für die Forschung beschäftigt, ihr habt genau 48 Stunden Zeit und hier sind die Produktionsbedingungen. Tragt etwas Gelbes am Körper, verwendet einen Zeitraffer, zum Beispiel und zeigt das F von Fast Forward Science. Wem das jetzt ein bisschen zu schnell war, alle Infos gibt es auch unten im Text. In diesem Sinne, ein gutes Bauchgefühl. Untertitelung des ZDF, 2020 In diesem Sinne, ein bisschen zu schnell war, Termin��